Liebe Hörer, diese Sendung können Sie vollständig auf kontrafunk.radio hören. Hier gibt es aus lizenzrechtlichen Gründen eine, jedoch nur um die Musikanteile, gekürzte Version. Herzlich Willkommen, hier ist die neueste Ausgabe vom Fernruf im Kontrafunk. Politischer Druck, Test und drohender Impfzwang, wirtschaftliche Steine, die einem in den Weg gelegt werden, steigende Kriminalität, kulturelles Interesse, die große Liebe, der man folgt, das gesunde und angenehme Klima. Ja, all das sind natürlich Gründe, um auszuwandern, die wir auch gehört haben schon hier beim Fernruf. Dass sich aber ein fast schon geschiedenes Ehepaar zusammenrauft, um den gemeinsamen Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen, das ist auch eine spannende Geschichte, die Sie gleich von der Schweizerin Flavia Baumgartner hören werden. Sie ist nach Paraguay ausgewandert und von ihr hören wir, worauf sie und ihre Familie Wert legen, wie man komplett die Perspektive wechselt und welche Rolle Gott dabei spielt. Im zweiten Gespräch bleiben wir in Amerika, allerdings wandern wir ein paar Kilometerchen nach Norden und zwar nach Kanada. Dort lebt schon seit längerer Zeit der Niedersachse Frank Eckhardt. Er ist nach wie vor fasziniert von der Natur und von der Weite des Landes, aber auch von der entspannten Art der Kanadier. Wir sprechen über das Thema Corona, Freiheitsliebe, aber auch den Willen, sich durchzusetzen. Ich bin Gernot Stanowski, ich freue mich, dass Sie dabei sind. Viel Vergnügen bei dieser neuesten Ausgabe vom Fernruf, hier im Kontrafunk. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Liebe Fernrufhörer, Sie bekommen das vielleicht mit, was in den großen Ländern Südamerikas vor sich geht. In Brasilien hat ein Richter neulich die Nachrichtenplattform X abgedreht. Tausende Menschen gehen jetzt dagegen auf die Straße und in Argentinien herrscht ein ziemliches Chaos, muss man sagen. Und noch weiß keiner wirklich genau, wo dort die Reise hingeht. Man fragt sich natürlich, was für einen Blick haben die Nachbarländer auf diese zwei Großen mit der ehemaligen oder doch noch aktuellen teilweise Strahlkraft? Oder kümmert man sich in den Nachbarländern Südamerikas um ganz andere Dinge, wie zum Beispiel um das Wohl der eigenen Familie? Die Schweizerin Flavia Baumgartner ist mit ihrer Familie, ihrem Mann und ihren Kindern nach Paraguay ausgewandert. Und ich freue mich jetzt sehr, dass wir über ihre Auswanderung und ihr neues Leben sprechen. Hallo, liebe Flavia. Hallo. Erzähl doch bitte erstmal, aus welchem Teil der Schweiz kommst du und vor allem, was hat dich nach Paraguay gebracht? Ich bin auf Wolter-Normalbis im Kanton Zürich geboren, bin dort aufgewachsen, hatte eine schöne Kindheit. Auf keinen Fall war es die Abenteuerlust, die mich dazu getrieben hat, die schöne Schweiz zu verlassen. Ich liebe die Schweiz wirklich. Ich bin durch und durch Schweizerin und ich bin auch absolut nicht der Typ, der gerne reist. Also da kann mein Mann ein Lied davon singen. Ferien ausserhalb von zwei Dörfern vor unserem Wohnort entfernt ist mir schon fast zu weit. Aber es war ja auch nicht irgendwie so aus Abenteuerlust, sondern es war eher eine Flucht aus meinem geliebten Heimatland. Dass wir genau nach Paraguay geflüchtet sind, ist eher ein Zufall, weil es hier ideale Bedingungen gibt. Das betreffend den Daueraufenthalt und natürlich spielt es auch mit, dass wir hier christliche Werte leben dürfen und dass Familien ganz wichtig sind. Ich finde es wirklich schön, dass du deine Heimatliebe nochmal betonst. Und man kann das eigentlich gar nicht stark genug betonen, weil das auch nochmal klarstellt, wie schmerzhaft es ist, dass viele von uns weggegangen sind, die es eigentlich gar nicht wollten. Was war es denn bei dir? Was waren die Gründe bei dir? War es wirklich diese furchtbare Corona-Zeit? Also mir wurde in der Corona-Zeit bewusst, wie krank, zerstörerisch und gottlos unser System ist. Ich war eigentlich auch relativ orientierungslos und etwas verängstigt in dieser Zeit und habe vieles hinterfragt, auch die Massnahmen. Und habe dann auch mich sehr erkundigt über YouTube und so weiter. Bin auch auf Predigten gestossen, die mir diese ganze Situation etwas aufschlüsseln konnten, dass ich das verstehen konnte. Habe einfach weiter geforscht und habe einfach gemerkt, was da auf uns zukommt. Und auch diese Welle, die jetzt auf uns zukommt, betreffend Gender in der Schule und diese grosse Indoktrination, diese grossen Einflüsse in der Schule auf unsere Kinder. Und schlussendlich bei diesem System, es geht um Karriere, um Konsum, um Schönheit und so weiter. Und das zerstört einfach unsere Kinder. Es entwurzelt sie, es verunsichert sie, es nimmt ihnen die Identität und schlussendlich werden sie mit dieser neuen Wirklichkeit, die neue Zukunft eigentlich, mit dem werden sie gefüttert, dieser Sinnlosigkeit. Ich wurde mir auch schmerzlich bewusst, dass ich ein Teil von diesem System bin, dass ich mit meinem Steuergeld die Abtreibung finanziere, die ja in der Schweiz legal ist und auch gefördert wird. Dass vieles nicht mehr stimmt mit der Lohnschere, dass einige Millionen verdienen und andere kaum ihren Lebensunterhalt verdienen können. Diese ganze Politik. So, und wie sehr dir das Wohl der Familie und vor allem deiner Kinder am Herzen liegt, das hast du bewiesen. Weil eigentlich lebtest du in Trennung von deinem Mann. Und für die Kinder habt ihr euch wieder zusammengerauft, wie ich im Vorgespräch mitbekommen habe. Bitte erzähl du die Geschichte nochmal. Ja, zu dieser Zeit war mein Mann und ich getrennt. Ich wollte eigentlich die Scheidung und er hat da nicht zugestimmt. Ich bin mit meinen Kindern ausgezogen. Als ich dann aber wirklich gespürt habe, wir müssen unsere Kinder aus diesem System herausholen, wir müssen sie schätzen, da wurde mir eigentlich bewusst, es geht nicht ohne. Ich kann ohne meinen Mann nicht die Schweiz verlassen. Und mir wurde einfach bewusst, dass ich rebellisch war, dass ich einfach mich selber verwirklichen wollte. Und merkte, das geht nicht. Ich habe in Sünde gelebt und musste da wieder zurückgehen. Und bei einem gemeinsamen Abendessen habe ich dann allen Mut zusammengekratzt. Ich wusste, das ist jetzt meine Chance. Und ich habe ihn gefragt, ob er wieder einziehen möchte. Und ich hätte die Idee vom Auswandern. Und mein Mann hat sofort zugestimmt. Das ist wirklich ein Riesengeschenk, dass er da zugestimmt hat. Er war Polizist und fand das wirklich gut. Die Motive waren noch nicht ganz dieselben. Bei ihm war es wahrscheinlich eher die Abenteuerlust. Und wir haben dann das geplant. Und wenn ihr das schon gemeinsam geplant habt, ist auch die Frage, hat die Familie das gut angenommen? Vor allem die Kinder, um die es ja eigentlich geht. Ihr habt ja zwei. Wie haben die denn auf eure Pläne reagiert? Meine ältere Tochter war da 14. Sie wollte auf keinen Fall auswandern. Sie hat sich dagegen gesträubt. Die jüngere Tochter freute sich, denn sie hatte keine gute Situation in der Schule. Sie wurde gemobbt und das war auch der Grund, dass wir eigentlich die ganze Familie, auch unsere ältere Tochter, erst relativ kurzfristig vor unserer Auswanderung, vor unserer Flucht darüber informiert haben, weil wir Angst hatten, dass sie untertauchen könnte. Meine Schwester war sehr traurig natürlich. Ich habe eine ältere Schwester, aber sie hat mich unterstützt. Und wir sind nach wie vor täglich in Kontakt. Mein Vater ist auch sehr traurig darüber, aber wir haben alle zwei Wochen per Videoanruf Kontakt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie hat sich die Situation für euch denn gewandelt? Ist es besser geworden? Kannst du jetzt etwas ruhiger schlafen, was die Erziehung und das Schulwesen in Bezug auf deine Töchter angeht? Ja, unser Leben hat sich hier in Paraguay komplett geändert. Also es war natürlich am Anfang ein Kulturschock. Und wir haben jetzt hier ein wunderschönes Einfamilienhaus bauen können. Und die Schule ist auch komplett anders. Also die ersten eineinhalb Jahre konnten unsere Kinder da im Dorf in eine christliche Schule gehen. Da haben sie wirklich eine Stunde Bibelstunde gehabt pro Tag. Die Schule hat mit Lobpreis begonnen und Gebet und auch am Schluss geendet mit dem Vaterunser. Und das ist komplett einfach eine ganz andere Situation. Sie sind gerne gegangen. Jetzt ist die Schule etwas im Umbruch. Die muss noch angemeldet werden. Es ist komplett anders auch mit den Familien. Die Familien werden hier geehrt. Die Familie hat hier einen hohen Stellenwert. Und überall hängen Paraguay-Flocken. Was habt ihr euch denn in Paraguay beruflich so aufgebaut? Was ist da für Einwanderer möglich? Du erwähntest gerade, ihr habt euch ein Einfamilienhaus dort hingestellt. Das ist ja sicherlich auch mit ein paar Kosten verbunden, wenn es auch nicht so teuer sein mag, vielleicht wie in Europa aktuell in der Baubranche. Aber wie finanziert ihr euch? Was ist eure Geschäftsidee? Wie kommt ihr über die Runden? Ja, das ist schon ein wichtiges Thema. Wir haben natürlich unser Erspartes noch und auch die Altersvorsorge konnten wir herausholen. Da sind wir sehr dankbar, dass wir noch ein kleines Polster haben. Und darum möchten wir jetzt das auch verwenden, eben für den Aufbau, dass wir davon leben können. Wir haben noch ein Nebenhaus. Dort habe ich ein Nähatelier eingerichtet. Und dort führe ich Näharbeiten aller Art aus. Ich habe Kundenaufträge, weil hier in Paraguay vieles, das wir Europäer uns wünschen, doch nicht erhältlich ist. Oder ich mache Reparaturarbeiten aller Art und werde mich da immer mehr ausbauen. Mein Mann, für ihn möchten wir noch eine Werkstatt bauen, damit auch er so sein Reich hat. Er hat jetzt auch begonnen, mit der Drohne für die Landwirtschaft zu fliegen. Er hat sich so eine grosse Drohne angeschafft. Die hat einen 40-Liter-Tank und hat jetzt diverse Aufträge in der Landwirtschaft. Also Spritzen von Gift- und Biomittel und auch zum Sehen. Und er baut sich hier ein Bein auf. Er ist sonst noch sehr begabt, auch im handwerklichen Bereich, im schreinerischen Bereich. Da sind wir jetzt eben dran. Spannend, vom Polizisten zum landwirtschaftlichen Drohnenflieger. Aber wenn wir mal auf andere Einwanderer gehen, natürlich sind Geschmäcker unterschiedlich. Aber ich frage mich immer, worauf sollte man aus deiner Sicht als Einwanderer denn besonders achten, gerade wenn man nach Paraguay hierher kommt? Also es wird auch nicht alles rosa sein. Ja, ja, es ist wirklich eine grosse Herausforderung. Und es kommt natürlich darauf an, was der Grund der Auswanderung ist. Ob man sich hier ein besseres Leben erhofft oder so. Bei uns war es ja wirklich eine Flucht, um unsere Kinder zu schützen vor diesem zerstörerischen System, das ihnen eigentlich nur die Hoffnung gibt, dass sie arbeiten und sich irgendwie materielle Wünsche erfüllen können. Also ich habe nicht sehr viel erwartet, sondern eigentlich habe mich ein bisschen überraschen lassen. Das ist vielleicht etwas naiv. Aber ich hatte einfach die Gewissheit, dass da unser Platz ist, dass Gott uns hierher geführt hat. Darum wurden meine Wünsche auch übertroffen. Aber sicher ist wichtig, dass man die Sprache lernt und auch sich informiert, wie das da eigentlich kulturell läuft, damit man da nicht ins Fettnäpfchen tritt. Und meine Einstellung ist eigentlich, also die Schweizer Manier nicht negativ auffallen. Das heisst auch, als Einwanderer ist man hier Gast und soll sich auch so verhalten und nicht denken, wir sind jetzt die, die viel Geld haben und kommen und jetzt die Einheimischen da irgendwie herumkommandieren oder so. Und bekommt ihr diese Balance aus neuem Leben, sich organisieren, sich selbst verwirklichen, aber trotzdem rücksichtsvoll bleiben hin? Weil ich hörte schon, dass es in Paraguay jetzt wieder europäischer wird. Wir haben Österreicher, wir haben Deutsche, wir haben Schweizer und wir haben viele Holländer, die auch nach Paraguay auswandern. Also stört die das? Kommt man da miteinander klar? Was sind deine Erfahrungen? Ja, wir sind ja hier in einem Gebiet da in Honau. Da haben sehr viele auch bereits deutsche Wurzeln. Vor zwei, drei Generationen sind die Grosseltern selber da eingewandert und sehr viele können auch noch ein bisschen Deutsch oder relativ gut Deutsch. Ich denke, wenn man sich Mühe gibt, dann merken sie das auch. Und mit der Sprache haben wir nach wie vor Mühe, aber wir möchten das wirklich auch lernen. Und die Vernetzung ist wirklich auch wichtig, dass man Gemeinschaft hat. Also als Einzelkämpfer ist das wirklich sehr schwierig. Wir leben da in einer Dorfgemeinschaft. Das sind alles Deutsch sprechende, gerade hier im Dorf. Und wir helfen uns auch gegenseitig, tauschen aus, wenn man irgendetwas sucht. Und mein Mann ist viel mehr jetzt eingebunden zu den Einheimischen. Er hat bereits einen Drohnenkurs gemacht in Spanisch und irgendwie fällt es ihm etwas leichter und mit etwas Humor und so sind sie auch wirklich sehr offen für uns Gäste. Ja, das ist fein. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass in Paraguay auch ziemlich starke Waldbrände toben sollen. Das ist halt im Sommer nun mal so, aber es sei wohl sehr unangenehm gerade. Betrifft euch das oder ist das in einer völlig anderen Ecke? Nein, von dem habe ich nichts gehört oder nichts gespürt. Wir haben hier nicht so viele Nachrichten und Briefkästen gibt es auch keine. Also ja, genau. Ich habe so den leisen Verdacht, dass ihr euch, abgesehen davon, dass ihr euch sehr auf ein christliches Leben fokussiert habt, auch von diesen ganzen schnelllebigen weltlichen Dingen so ein bisschen freigemacht habt. Gehe ich da richtig in der Annahme? Und wenn ja, was hat das jetzt mit euch gemacht? Ja, natürlich sind wir nicht abgeschnitten von der Welt. Wir haben nach wie vor Internet und können Kontakt aufbauen und uns auch etwas informieren. Das ist so, aber wir haben hier keine Briefkästen. Es gibt Zeitungen, aber keine Ahnung, wo man die bekommt. Und Fernsehen haben wir auch nicht. Von dem her, wir verbrauchen nicht so viel Zeit vom Tag einfach mit dieser Infoflut. Und ich kann mich einfach informieren über das, was ich auch brauche. Das ist wirklich ein grosser Segen. Wir können unsere Kinder natürlich auch nicht ganz abschotten. Das ist so. Wir haben aber einfach ihre Handyzeit reduziert. Das habe ich schon in der Schweiz so gemacht, dass sie auch Kontakt haben können zu ihren Freunden in der Schweiz. Kommen wir nochmal auf die Kinder zu sprechen. Du hast vorhin gesagt, du hattest Angst, dass eine der beiden Töchter ausreißen könnte, sodass dann keiner mehr ausreißen kann ohne sie. Hat sich das irgendwie vom Verständnis her auch gewandelt? Also kommt da auch von den Töchtern was zurück im positiven Sinne? So nach dem Motto, wir haben verstanden, wir finden das jetzt auch alles ganz toll? Auf jeden Fall. Das sind Welten von unserer Tochter, die jetzt unterdessen 16 ist. Die ist richtig aufgeblüht. Und es ist schon so, dass sie natürlich den Luxus vermisst, den ihr die Schweiz geboten hat, dass man shoppen gehen kann und einfach diese Freizeitaktivitäten, wo man passiv sein kann, das möchte ich nicht verleugnen. Aber sie ist so gereift als Person. Sie ist kaum wieder zu erkennen. Sie sagt zwar immer wieder, sie möchte dann wieder zurück in die Schweiz, aber sie hat hier echte, gute Freundschaften geschlossen, die nicht oberflächlich sind, sondern wirklich tief gehen. Und sie hat einfach ein gesundes Umfeld. Sie können sich da wirklich gesund entwickeln. Da geht es nicht nur um äusserliche Schönheit und dass man die besten Markenklamotten hat oder so, sondern es geht wirklich einfach um die inneren Werte, um die wertvollen Werte. Und das spürt sie sehr wohl. Und wir sind wirklich dankbar, dass wir sie da rausreissen konnten noch zur richtigen Zeit, weil sie war zu der Zeit vorher, sie war nach der Schule kaum ansprechbar. Unsere Tochter ist kaum wieder zu erkennen. Und das ist sehr schön. Bleibt natürlich trotzdem so ein bisschen die Frage, immer auch als Blaupause oder als Vorbild für andere Auswanderer, die sagen mit Kind oder mit Kindern, ich haue jetzt doch noch irgendwie ab nach Paraguay. Was für eine Perspektive hat man bildungstechnisch? Also kann ich danach auf die Universität gehen? Was für eine Bildung bekommt mein Kind? Wie kann man sich da irgendwie mit möglichst hoher schulischer Qualität durchwurschteln? Und wie qualifiziere ich mich da am besten? Habt ihr da irgendwie Sorgen diesbezüglich? Oder seid ihr in Sachen Qualifikation für ein mögliches Studium dann doch gut aufgestellt? Geht das in Paraguay? Wir sind wirklich bewusst aus diesem System ausgestiegen. Und ich könnte aus Gewissensgründen meine Tochter nicht mehr in das Schulsystem und auch nicht an die Uni schicken. Es ist schon so, dass hier nicht diese Strukturen sind. Und wir als Eltern werden gefordert, selber Initiative zu ergreifen, weil diese Strukturen hier nicht so vorhanden sind. Mein Mann zum Beispiel hat hier mit anderen fleissigen Männern eine Berufsschule nach dem europäischen Standard eröffnet. Also er ist rumgegangen, hat Lehrmeister gesucht, die bereit wären, Jugendliche aufzunehmen und ihnen eine Ausbildung zu ermöglichen, berufsbegleitend, also der praktische Teil und auch die Theorie. Und ob das wirklich erstrebenswert ist, dass sie nachher einen hohen Abschluss haben, das ist eben nicht mein höchstes Ziel. Sondern mein Ziel ist eigentlich, dass wir nach biblischen Massstäben leben können. Und uns soll genug sein, wenn unser Einkommen reicht, dass wir einfach genug zu essen haben und auch genug zum Anziehen. Und nicht diesen Überfluss, den uns dieses System verspricht, aus dem wir ja geflohen sind. Und als Letztes wollte ich immer ganz gerne wissen, was ist das, was du über dich, auch deine Familie und deine Auswanderung letztendlich so mitgenommen und gelernt hast? So als Fernruf an uns, was ist deine Lebensweisheit in ein, zwei Sätzen? An Gottes Segen ist alles gelegen. Also ich spüre das einfach jeden Tag, wie wir gesegnet sind und wie die Bibel einfach wahrer ist, als wir glauben. Weil dort ist die ganze Menschheitsgeschichte drin und seine Weisheiten und sein Trost. Und wir wissen, dass er uns versorgen wird. Er hat es uns verheissen. Liebe Flavia, das war ein sehr spirituelles Schlusswort. Ich danke dir sehr. Klasse, dass du mit uns gesprochen hast. Ganz viel Erfolg weiterhin bei diesem erfüllten Leben für euch in Paraguay. Ganz liebe Grüße und vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine interessanten Einblicke. Vielen Dank auch. Vielen Dank für's Zuschauen. Liebe Hörer, welche Figur fällt Ihnen ein, wenn Sie an den Sandwirt denken, wenn man vom Sandwirt spricht? Na, na klar, steht auf beiden Beinen fest, der Mann mit dem schwarzen Vollbart, der grünen Jacke, dem roten Hemd und dem breitkrempigen Filzhut. Und aus seinen Augen blitzt und sein legendärer Satz, Mander, es ist Zeit entgegen. Der Sandwirt ist natürlich Andreas Hofer, ein Mann, der für sein Volk, seine Prinzipien und die Freiheit stand bis zu seinem traurigen Ende. Diese positiven Eigenschaften haben offensichtlich Eindruck auf einige Medienmacher und auch Texteschreiber gemacht, denn es gibt ein Portal mit dem schönen Namen, der Sandwirt. Und es ist kein Zufall, dass unser jetziger Gast für diesen Sandwirt über seine Auswanderungsgeschichte geschrieben hat. Seine Geschichte strotzt nämlich nur so vom Wunsch nach Freiheit und vor allem auch Selbstverantwortung. Frank Eckert ist nach Kanada ausgewandert und ich freue mich sehr, dass er da ist. Guten Tag, Herr Eckert. Ja, guten Tag und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vor 24 Jahren sind Sie ausgewandert, im Jahre 2000. Was war das, was Sie ins Ausland gebracht hat, nach Kanada? Was war Ihre Motivation, Herr Eckert? Ja, also da muss ich vorab eine ganz kleine Korrektur anbringen. Vor 24 Jahren war das erste Datum, als ich selber nach Kanada das erste Mal gekommen bin. Zu dem Zeitpunkt bin ich aber noch nicht gleich direkt ausgewandert. Allerdings wurde da natürlich der Wunschgrundstein gelegt und ich bin somit natürlich seitdem hier in der Provinz Nova Scotia und gerade auf der schönen Insel Cape Breton Island, wo wir leben dürfen, da natürlich verhaftet gewesen, weil mir das von Beginn an zugesagt hat. Nicht nur von der wunderschönen Landschaft her, sondern auch so von der Mentalität der Leute. Also es war sehr schön und das war eigentlich die Initialzündung, der erste Besuch. Auch aber richtig ausgewandert sind wir im Grunde nach komplett erst vor etwa knapp zehn Jahren, kurz bevor mein erster Sohn Felix geboren wurde. Und seitdem lebe ich mit der Familie in Cape Breton Island in Nova Scotia. Und der grundsätzliche Aufhänger war natürlich, dass ich damals schon gemerkt habe, dass ich das Leben im damaligen Deutschland im Grunde nach schon nicht mehr so sehr als liebenswert empfunden habe. Aber so würde ich es mal umschreiben. Also wenn sie viermal im Jahr von irgendwelchen GEZ-Mitarbeitern Besuch kriegen, die unaufgefordert an ihre Tür klopfen und ähnliche Erlebnisse. Und sie merken, dass die Regularien und behördlichen Dinge alles immer enger um sie herum wird und ihnen vorgeschrieben wird, dass sie jeden Baum, den sie im Garten fällen wollen, dass sie eine Genehmigung brauchen. Und ich habe damals schon gemerkt, dass das nicht mehr meins war. Aber das ist total beachtlich, weil wenn man mich heute fragen würde, na, was hättest du denn gerne heute anders in Deutschland? Ich würde 2000, ja bitte, nehme ich, ja. Also ich meine, gut, das liegt natürlich auch daran, dass ich damals ein junger Mensch war und so weiter. Aber wenn wir uns in die 2000er zurückdenken, das ist ja für viele das Nonplusultra, also wie Deutschland da noch dargestanden hat. Also dass Ihnen das damals schon auf den Zeiger ging, ist natürlich schon fast prophetisch, oder? Ja, vielleicht bin ich ein bisschen sehr feinfühlig, was dem Bereich eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Leben und meine wirklich tatsächlich in der Praxis gelebte Freiheit anbelangt. Und da ist auch sicherlich mein Kontakt zu Menschen wie Roland Bader, als er damals noch lebte, mit dem ich telefonisch sehr oft in Kontakt stand, sehr prägend gewesen. Und ich habe da sehr viel Literatur aus der libertären Szene auch gelesen und das waren alles Dinge, die mir so noch zum einen aus der Seele sprachen, aber zum anderen auch immer mehr die Augen geöffnet haben und mich damals schon in diese Richtung gebracht haben, dass ich gemerkt habe, ich möchte eigentlich so in meinem Hamsterrad, was ich mir selber ja auch aufgebaut hatte. Also ich hatte ein gut laufendes kleines Maklerbüro in Südniedersachsen, also von daher hatte ich da nichts auszustehen, mir ging es gut, ich hatte ein nettes Häuschen dort und mein soziales Umfeld, aber irgendwo habe ich gemerkt, dass das im Leben vielleicht nicht alles sein soll und dass ich vielleicht auch nochmal andere Wege beschreiten möchte. Und gleich damals hatte ich noch keine Familie, da hatte ich natürlich die Möglichkeiten, mich auch ein bisschen umzusehen und das habe ich halt getan und genutzt. Und was war dann das, was Ihnen an Kanada, also nicht nur urlaubsmäßig, das ist ja immer die andere Sache, wenn man irgendwo zu Besuch ist, dann kriegt man da die Highlights mit, aber was ist das, was Sie dann hier in Kanada aus den Latschen gehauen hat, wo Sie gesagt haben, das ist so viel toller als in Deutschland, wir bleiben jetzt da, was war das? Sie stellen schnell fest, dass Grundstücke dort noch bezahlbar sind in einem Vergleichsmaßstab, den Sie in Deutschland oder in Kerneuropa nirgendwo mehr bekommen für diesen Preis, Preisleistungen in solchen Lagen. Was für mich schön war, es ist ein sehr europäisch geprägter Kulturkreis. Ich bin halt als Deutscher auch Kerneuropäer und ich komme mit Englisch als Sprache wunderbar klar, aber wenn ich mir überlege, nach Mittel- oder Südamerika oder irgendwo Asien zu gehen, wo ich ganz andere Sprachhürden zu überwinden hätte, dann wäre das nicht meins gewesen. Also hier so zweisprachig, zu Hause sprechen wir meistens Deutsch und mit meinen Nachbarn, Freunden und Geschäftspartnern hier vor Ort halt Englisch gesprochen, also es klappt wunderbar. Ich hatte also nicht so super eine kulturelle, sprachliche Hürde, mich umzustellen und ja, die Gelassenheit und die etwas entspanntere Lebensweise hier in Kanada waren doch schon mit Ausschlaggebend. Jetzt haben Sie in Ihrem Auswanderungsartikel im Sandwirt geschrieben, das was Sie aber schon vor gewisse geduldsmäßige Herausforderungen gestellt hat, war die Bürokratie und der Amtsschimmel in Kanada, weil das ist so das Land, wo sich niemand zuständig fühlt. Ja, im Grunde nach ist es so, wenn Sie bei Behörden oder bei vielen Kanadiern auch so Firmen, auch größere Firmen zum Beispiel, also wenn Sie Stromversorger oder Telefoncompanies nehmen hier, es ist wirklich zum Teil grausam mit denen zusammenzuarbeiten. Die Hotlines, die die haben, sind meistens mit Mitarbeitern aus Asien irgendwo besetzt und wenn Sie dann wen haben aus Thailand oder aus Vietnam oder China, die zum Teil deutlich schlechter Englisch sprechen, als ich es tue, dann ist es manchmal schwierig, die Kommunikation dort zu führen und mit Behörden hier, die sind einfach sackenlangsam, sie sind unprofessionell, das muss man mal so sagen. Die Menschen selber sind sehr, sehr lieb und hilfsbereit, also das bitte nicht verwechseln, die Kanadier sind extrem hilfsbereit, wenn sie irgendwo hier eine Panne haben als Tourist und sie stehen mit ihrem Leihwagen an der Straße und sie brauchen Kanister Benzin oder irgendwelche Hilfe und sie werden nicht lange warten müssen, bis da irgendwer stoppt oder ihnen hilft oder fragt, ob sie den Weg finden, irgendwas. Also das ist wunderbar, das ist sehr schön, das macht das auch sehr liebenswert, aber natürlich muss man immer fair und ehrlich und offen sein, jede Medaille hat zwei Seiten und das andere ist natürlich, wenn sie hier mit Behörden zu tun haben, zum Beispiel, ich brauchte eine Genehmigung für eines meiner Grundstücke, um eine Einfahrt genehmigt zu bekommen vom Grundstück in die Hauptstraße, in die öffentliche Straße rein. Das ist ja so ein Prozedere, da gibt man 300 Dollar Deposit-Check hin, also damit die die Sache bearbeiten, den kriegt man nach Bearbeitung zurück, da muss man einen Antrag ausfüllen und in der Regel dauert das mindestens ein Jahr. Ja, was ich für einen Witz halte, weil so eine Geschichte ist im Prinzip innerhalb von einer Woche zu erledigen, aber sie sind halt super, super langsam, in meinen Augen kommt doch schon sehr an eine Bananenrepublik heran manchmal, also es wird viele überraschen, aber es ist so, das ist jedenfalls meine Erfahrung und ich bin da nicht der Einzige. Aber es gibt tatsächlich eine Behörde hier, wo es ganz gut klappt, das ist nämlich die Führerschein, also wir würden Straßenverkehrsamt in Deutsch sagen, die Führerscheinbehörde hier, das geht wunderbar, sehr schnell, sehr zügig und auch sehr professionell. Die Damen dort im Büro hier bei uns vor Ort, die sind gut organisiert, aber wie gesagt, das ist eher die Ausnahme. Jetzt habe ich im Vorfeld gar nicht abgeklopft, wie Sie zu den ganzen Corona-Maßnahmen oder zur Impfung gestanden haben, aber das war ja in Kanada unabhängig davon ja auch schon eine sehr spezielle Nummer. Deswegen, weil Sie ja sehr auf liberal und libertär Wert gelegt haben am Anfang, wie war diese Zeit für Sie, gerade die restriktive Zeit in Kanada? Ja, eine gute Frage, die wir häufig gestellt bekommen, also auch so von Besuchern oder Freunden, die mal rüberkommen. Ja, viele haben das natürlich durch mich und meine Rundbriefe, die ich ja regelmäßig schreibe, auch mitbekommen, wie wir das damals erlebt haben. Aber für Sie nochmal, man muss Kanada immer in zwei Bereiche im Grunde nach unterteilen und zwar die dicht besiedelten Gebiete, das sind die zehn größten Städte des Landes, in der über 90 Prozent der kanadischen Bevölkerung lebt. Da war es sehr rigoros und restriktiv. Dann haben Sie die große Weite des Landes, also flächenmäßig der weitaus größte Teil, wo aber nur etwa neun bis zehn Prozent der Population in Kanada lebt, wo wir zugehören, also die Landeier oder Ostfriesen Kanadas, so würden Sie vielleicht bezeichnen. Hier ist doch einiges etwas lascher gewesen und nicht so stark spürbar. Also bei mir in der Zeit war nicht ein Besucher auf dem Hof bei uns, der eine Maske getragen hat oder so. Also Sie haben heute natürlich ab und zu immer noch so ein paar verängstigte ältere Menschen, die alleine im Auto sitzen und dann mit ihrer Gesichtswindel rumfahren. Also von daher konnten wir das hier ganz entspannt angehen lassen. Also wir haben nicht viel mitgekriegt und ich bin hier, glaube ich, nur einmal aus einem Geschäft rauskomplimentiert worden, was ich ohne Maske betreten habe. Also ansonsten hier bei uns vor Ort bin ich überall ganz normal reingegangen und wieder raus und das war in Ordnung. Gut, das war früher. Die Frage ist, wie ist es jetzt? Also in Österreich zum Beispiel liest man immer mal wieder, der eine oder andere Arzt empfiehlt Maske. Man sieht sie auch schon wieder in Wien in der U-Bahn. Sie kommen wieder raus. Was für eine Rolle spielt das hier in Kanada? Mittlerweile kräht da kein Hahn mehr nach. Die allermeisten schütteln auch hier mittlerweile den Kopf und haben festgestellt, dass das wohl keine gute Idee war diese ganze Zeit. Und gerade so in meinem Umfeld auch kanadische Freunde und Nachbarn und Geschäftspartner, die sind eher auch so ein bisschen libertär getaktet wie wir. Die meisten sind in der Richtung auch nicht dem auf dem Leim gegangen. Allerdings viele von den Älteren und viele, die bei Behörden arbeiteten, die da doch auch hier unter Druck gesetzt worden sind, diesen ganzen Maßnahmen zu folgen. Allerdings gibt es hier natürlich mittlerweile auch wieder das Zurückrudern der öffentlichen Hand, dass also Leute, die entlassen worden sind, eine Entschädigung bekommen haben für ihren entgangenen Lohn und die auch zum Teil wieder eingestellt werden mussten. Und eine Anekdote diesbezüglich, weil sie es gerade fragen, kann ich Ihnen erzählen. Ein guter Freund von uns, die auch so eine kleine Homestead-Selbstversorger-Farm haben, der ist Pilot in Nova Scotia. Der wohnt nicht weit weg von Cape Breton Island, allerdings auf dem Festland unten. Und der ist von seinem Arbeitgeber von der Fluggesellschaft damals natürlich auch angehalten worden, der Impfaufforderung Folge zu leisten. So will ich es jetzt mal nett umschreiben. Dem ist er nicht nachgekommen, weil er ein kluger Kopf ist und hat sich geweigert und ist daraufhin entlassen worden. Und er also hochqualifiziert als Pilot und ist dann als Trucker losgegangen und hat damit für seine Familie seine Brötchen verdient. Und nachdem der ganze Spuk hier vorbei war, hat er einen Anruf von seinem früheren Chef erhalten, ob er denn wieder interessiert wäre, jetzt nach drei Jahren wieder als Pilot zu arbeiten. Er würde auch eine komplette wieder neue Einführung, neue Lizenzen bekommen und eine neue Updateschulung bekommen und einen entsprechenden Gehaltsausgleich auch. Ihm würden die Piloten fehlen. Das würde mich nämlich auch interessieren. Es klingt ja auch so ein bisschen nach Versöhnung oder dem Weg zurück sozusagen. Hier in Europa spricht man ja viel von Aufarbeitung, die ja im Großen und Ganzen eigentlich nicht stattfindet. Aber schon nochmal so die Frage, wie gehen die Leute jetzt miteinander um? Also es ist eine gute Frage, die aber nicht ganz so einfach zu beantworten ist. Also wir haben das ja hier gesehen, wo diese Maßnahmen auf die Spitze getrieben wurden, wo das dann endete, dass es hier in Kanada wirklich massive Gegenwehr gerade durch die Trucker kam. Und die Lkw-Fahrer, die Trucker haben halt das ganze Land quasi lahmgelegt, weil in einem Land, was von rechts nach links etwa 6000 Kilometer Ausdehnung hat, da ist alles auf eine funktionierende Logistik ausgelegt und angewiesen. Und Bahnverkehr und Flugverkehr können das nur teilweise leisten und ausgleichen. Und das meiste findet halt hier auf den Highways über die großen Trucks statt. Und wenn die Trucker streiken, dann hält das Land hier Kanada genauso wie USA die Luft an, dann läuft hier nicht mehr viel. Und in der Richtung war die Solidarität mit den Kanadiern, mit den Truckern hier unglaublich. Also es war sehr, sehr stark. Ich habe selber hier in meinem Umfeld ganz wenige gehabt, die gesagt haben, hier die Spinnen, die sollen aufhören. Also die meisten haben entweder offen zugestimmt oder zumindest im persönlichen Gespräch gesagt, ja, die machen das richtig. Wir können uns nicht alles gefallen lassen in Sachen Vorschriften und Einschränkungen unserer persönlichen Freiheiten und Menschenrechte. Also das war schon gut ausgeprägt. Und jetzt nach dem ganzen Corona-Spuk ist es so, dass viele, denke ich, auch merken, die da erst in diese Richtung mit eingeschwenkt sind, dass die Idee wohl nicht so gut war. Und es wird jetzt quasi nicht mehr so großartig diskutiert und propagiert. Es wird zwar unter der Hand von einigen Apotheken immer noch diese ganze Impfgeschichte angeboten, aber wenn ich da wen mal sehe, der da mal hingeht oder so, sind das meistens wirklich Senioren, ältere Leute, die durch natürlich ihren einseitigen Medienkonsum da natürlich auch eine gewisse Vortaktung bekommen haben und wahrscheinlich da in der Angstspirale noch drin sind. Aber so die allermeisten, also ich kenne auch von denen, die das damals mitgemacht haben, quasi keinen, der das jetzt nochmal machen würde. Also von daher, ich habe auch einige Freunde, die so auf der einen oder anderen Seite hier unterwegs waren, aber da gibt es jetzt keine, dass der eine mit dem anderen nicht mehr spricht. Also für mich ist das jetzt nicht bewusst. Von daher wird da ganz vernünftig miteinander umgegangen. Es gibt einige Anwälte und Ärzte hier auch und ehemalige Politiker, die aus dem Amt mittlerweile raus sind, die sich ganz stark auch gegen diesen ganzen Schwachsinn da positioniert hatten. Also es gibt schon eine gewisse Aufarbeitung von der Seite her und es kommt auch hier durch alternative Medien, die es hier in Nordamerika ja auch sehr ausführlich gibt. Da gibt es schon gute Quellen hier und ich gucke nach wie vor beides. Ich lese und gucke in Deutsch auf den europäischen Quellen, aber halt auch viel hier, was aus den USA oder Kanada kommt. Und da ist doch durch die mediale, alternativ mediale Berichterstattung auch vielen Leuten bewusst geworden, dass man nicht alles glauben sollte, was Regierungen oder die Mainstream-Medien einem da aufsetzen. Kommen wir mal zu ihrem Leben selber und auf das, worauf sich vielleicht ein anderer Einwanderer auch so ein bisschen einstellen muss. Weil Sie haben vorhin gesagt, Sie leben da sehr weit auf dem Land und es wird immer jemand, wenn Sie am Straßenrand stehen, anhalten und fragen, ob er helfen kann. Und da bin ich so ein bisschen bei diesem Thema der Natur. Die Natur in Kanada, die auch so ein bisschen zum Feind oder zur Herausforderung werden kann. Ist das etwas, worauf man sich auch einstellen muss? Na klar, die Weite, dann vielleicht auch die Straßen, man sollte einen festen fahrbaren Untergrund irgendwie haben, gutes festes Dach über dem Kopf. Aber ist das etwas, was einen schon sehr übermäßig beeindrucken oder fast erschlagen kann, wenn ich als Einwanderer nach Kanada komme, gerade wenn ich aufs Land ziehe? Naja, mir muss grundsätzlich erstmal bewusst sein, was will ich hier, was ist der Grund, weshalb will ich auswandern? So, um steuerliche Vorteile zu erlangen, kommen Sie nicht nach Kanada. Also das klassische Steuerparadies ist es nicht. Also es gibt hier andere Bereiche. Wir selber würden hier auch in Kanada nicht in den großen Städten wohnen wollen, die zum Teil auch nicht gerade von Schönheit und Infrastruktur oder Architektur besonders vorgetaktet sind. Also da würde ich eher sagen, da muss man schon so ein bisschen wie wir unterwegs sein, wenn man aufs platte Land will und das Leben auf dem Lande mag. Viel Natur, viel Wald, viel Wasserflächen mit größeren Entfernungen, die man mal gelegentlich fahren muss. Und vor der Natur muss man hier keine Angst haben. Also da gibt es sicherlich andere Herausforderungen, die Sie bei sich in Deutschland und Österreich zurzeit aktuell erleben. Sowas passiert einem hier nicht. Hier kann ich meine Frau im Minirock abends über die Straßen schicken. Da passiert nichts, sie kommt heile wieder. Wir haben halt mal ein paar Kojoten auf dem Grundstück. Da muss man mal ab und zu gucken, dass sie nicht zu viel werden. Aber ansonsten, wenn man das mag, auf dem Land zu leben, so wie wir das tun, ist das hier natürlich traumhaft schön. Ja, wir haben jetzt ein paar schöne Vorteile von Kanada beschrieben. Aber was ist das, was Ihnen kein Land der Welt außer Deutschland geben kann? Was vermissen Sie an Ihrer alten Heimat? Also grundsätzlich, was ich natürlich auch mag, sind kulturelle, kulinarische Sachen oder halt auch schöne Architektur, gerade so klassische Fachwerkstätte oder mal einen schönen Dom oder eine alte Burg. Das haben Sie hier natürlich sehr, sehr selten. Also generell in Nordamerika. Also hier haben Sie entweder die Holzständerbauweise. Hier sehen die meisten Häuser aus wie eins, das wie das andere. Also von daher gibt es hier wenig Schönheit fürs Auge im Bereich Architektur zu erblicken. Also sowas vermisst man schon manchmal und halt auch gepflegtes, gutbürgerliches oder auch ein bisschen besseres gepflegtes Essen. Da muss man gucken. Die gibt es hier, auch gute Restaurants, aber sie sind halt nicht reichlich gesät. Das meiste, was Sie hier kriegen, das ist Mikrowelle und Fritteuse. Das ist nicht so ganz, was unsere Welt ist. Und deswegen machen wir auch vieles selber bei uns. Meine Frau backt und wir machen unser Sauerkraut selber. Wir haben eigentlich fast alles, was wir essen. Also wir sind Vegetarier, muss ich dazu sagen. Also wir kriegen hier fast alles selbst gebacken, was wir konsumieren. Aber so, das sind schon so die Sachen, mal so ein bisschen so alte kulturelle Sachen zu sehen. Es gibt hier eine französische, ehemalige französische Festung auf der Insel in Cape Breton hier. Die Fortress of Lewisburg, das ist wie eine alte Burg. Das war eine Festung, die von den Engländern zweimal erobert wurde. Die wurde in den 50er, 60er Jahren von der kanadischen Regierung als Kulturerbe wieder aufgebaut. Nachdem die Engländer das ein paar hundert Jahre vorher komplett zerstört hatten. Das ist sehr schön. Da waren wir gerade vor zwei Wochen mit den Kindern und Besuchern, die hier waren und haben uns das angeschaut. Da machen die halt auch so ein bisschen Reenactment, laufen in den alten Uniformen rum. Es wird mal alles erklärt, wie die Menschen gelebt haben. Also sowas ist natürlich was Schönes, was wir für unsere Kinder auch immer versuchen, mal mit einzubringen. Weil die Kinder bei uns als Freilerner, als Homeschooler aufwachsen, nicht zur Schule gehen. Und wir machen also viele Projekte mit denen. Und da ist natürlich immer hilfreich, wenn man irgendwo Zugang auch zu kulturellen oder technischen Sachen hat. Das findet man hier auch. Aber man hat größere Entfernungen, um dort hinzukommen. So solche Dinge. Sowas vermisst man natürlich. Da habe ich einfach eine andere Dichte, auch kulturelle Dichte in Europa. Wenn ich irgendwie nach Italien mal fahren will oder das Essen dort liebe oder in Deutschland mal irgendwo mir einen Dom angucken will. Oder in Quedlinburg, Mali, die alte Innenstadt oder solche Dinge. Das ist natürlich hier schwer. Und als abschließende Frage habe ich immer, selbst reflektierend, Sie sind jetzt lang genug schon in Kanada, haben sowohl die Entwicklungen in Deutschland als auch in Kanada mitbekommen und gesehen. Und auch so ein bisschen gefühlt, glaube ich. Deswegen auch mal die Frage, was ist das, was Sie gelernt haben in Bezug auf sich, auf Ihre Auswanderung? Sie verpacken das ganz gerne in unserer Schlusskategorie, dem sogenannten Fernruf. Was nehmen Sie da mit? Was ist Ihre Lebensweisheit? Nicht alles ist anders oder besser. Es gibt Dinge, die hüben wie drüben in der alten Heimat sowohl als in der neuen Heimat natürlich hervorstechen. Und wie die Amerikaner so schön sagen, take the best, forget the rest. Also man sollte versuchen, das Beste aus zwei Welten zusammenzufügen. Das ist das, wie ich es mache. Was ganz wichtig ist, man muss in der Lage sein, loszulassen, auch drüben. Wenn ich jetzt hier rübergehe, das heißt nicht, dass ich meine Kultur oder meine Herkunft aufgebe oder verleugne. Aber halt so, wer sich zu Hause von Freunden, Bekannten, Familien nicht so wirklich trennen kann, dann wird das schwer, so einen Schritt zu gehen. Das sehe ich bei vielen anderen Auswanderern oder Auswanderungswilligen, dass das häufig eine Bürde ist. Meine Erfahrung ist, dass man von den Menschen, die in dem Herkunftsland mal als Nachbarn, Freunde oder Kollegen an der Seite standen, dass man sehr, sehr viel Besuch kriegt. Also die Leute kommen sowieso rüber, spätestens wenn die merken, dass man hier tatsächlich ernsthaft Fuß gefasst hat, kommen die anderen Menschen aus Familie oder Freundeskreis ein, früher oder später, meistens alle besuchen. Und das ist meine Erfahrung. Also man braucht da keine Angst vorhaben. Man muss natürlich so ein bisschen offen sein und man muss bereit sein, vieles Neues zu lernen. Also man muss schon offen sein, neue Dinge dazuzulernen, von der Sprache angefangen, die jetzt wie gesagt mit Englisch hier bei uns jetzt nicht so das riesen Superhindernis ist. Aber so ein paar Dinge, man sollte bereit sein, seinen Horizont jederzeit zu erweitern. Und dann kann man hier wunderbar leben und es ist wesentlich entspannter, hier sicherlich zu leben. Und wer die Natur liebt, ist sicherlich hier, gerade so in den Atlantikprovinzen Kanadas, sehr gut aufgestellt. Und nach wie vor mein Favorit, Cape Breton, die Insel, wo wir leben. Also ich kann es mir nicht vorstellen, meine Frau auch nicht nochmal woanders zu leben. Das ist ein sehr schönes Schlusswort gewesen und hat alles nochmal richtig gut zusammengefasst. Lieber Frank Eckert, ich habe es ja viel mit Auswanderern zu tun, die jetzt in jüngerer Zeit gegangen sind. Deswegen auch mal schön zu hören, dass sie sich a, ihre Sprache natürlich bewahrt haben und auch so diesen klaren Blick. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre tollen Ausführungen. Ja, gerne Herr Deinowski und bis bald. Tschüss. 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 Liebe Hörer, das war es wieder mit unserer dieswöchigen Ausgabe vom Fernruf. Wir haben von der Auswanderung nach Paraguay von Flavia Baumgartner gehört. Sie lebt jetzt fernab von Social Media gemeinsam mit ihrer Familie, die sich wieder zusammengerauft hat in Paraguay. Ein gottgefälliges, glückliches Leben. Und wir haben hineingehorcht nach Kanada zu Frank Eckert, der immer noch die Weite des Landes liebt, dem aber die Bürokratie von Kanada so ein bisschen auf den Zeiger geht. Wir haben gehört, warum. Wenn Sie auch eine Auswanderungsgeschichte zu erzählen haben, dann schreiben Sie mir über fernruf-at-kontrafunk.radio. Ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Zeit. Nächste Woche gibt es natürlich wieder einen Fernruf. Ich bin Gernotanowski, machen Sie es gut. Tschüss und bis bald.